ah komm mach mal so russisch zu haben ja komm sorry ich kann mich ja das wer ist ja fast wieder auf die ohren geflogen grün so kommt es wieder zu der Person zurück die die Karte gelegt hat letztlich Boomerang ja bla 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 Vor allem ist das scheißegal, was man da legt. Die hat nämlich genau die Karte noch. Da holt die sich echt mit der Scheiße noch den Sieg. Aber gut gemacht, ja. Ich hatte schon gehofft, aber ich glaube, es kommt irgendwie eine halbwegs vernünftige Zahl, aber kommt da sowas. Hab aber gesagt, clever gemacht. Das muss man... Na ja, geht schon da los. ... ... ... ... ... ... ... aber wie kriegt der botte mal die plus vier natürlich ich kann so etwas mehr farbiges legen diese einfarbige kacke aber wieder ein bisschen druck warum machen wir jetzt mit der karte druck machen wollen ja ich habe die bisschen falsch gedeutet ich das wäre wieder diese zeit karte nee das ist die schildkarte mit der kannst du dich vor plus ja das habe ich falsch gesehen die hätte ich eigentlich tatsächlich gerne lieber gehabt die hätte ich behalten müssen aber das war falsch gedeutet nur ich weiß nicht ich weiß nicht aber der bot kriegt sie ja echt alle füttert hin Das war mir klar. Das ist ein Scherz, oder? Das meinst du? Naja. Ich habe noch die falsche Karte. Ich habe noch die Karte falsch gedeutet. Die Karten sind schon mal so toll, dann nehme ich mir so hin. Ich habe noch eine andere Karte. Ich habe noch eine andere Karte. Die Karte. Brot. man kommt ja nicht zum zug und dann wenn dann nur mit so miss eigentlich nur morgen machen wir nicht nur unseren üblichen sonntag oder ich bin es nicht geplant sie können aber wenn wir nachdem wie lange wir heute machen können wir das machen ja dann kommen wir morgen noch mal machen ja ja ich glaube dass das hat sich runterladen dann kann man morgen größten ja thomas kommt jetzt am montag dazu dann theoretisch mit dem golfen wenn ich das verstanden habe ich kann nicht erfüllen wenn er sich grün wünscht ich habe mich da los ich muss das tun das hier warum auch immer ich verstehe nicht wo nach das keine ahnung wenn ich aber recht sein soll das spiel soll das machen das war mir fast klar Texting Ich kann leider nichts anderes machen Blau Warum wünscht er sich blau, wenn er dann kein blau legen kann? Keine Ahnung, ich versteh die Logik selber nicht Warum wünscht er sich blau, wenn er dann kein blau legen kann? Keine Ahnung, ich versteh die Logik selber nicht Aber wenn ich von Baby die Karten bekomme, ist da nur Müll mit drin, was keiner gebrauchen kann Ja, ich habe also fast nur gelb, ne, das ist das Problem Du musst das mal 10 Karten nachziehen, musst du dann immer mal was kriegst Warte, selbst das kriege ich jetzt gerade nicht gebacken Hier, kleiner Brot Spiel zumindest mal sowas Danke fürs Rot wünschen Ja, sowas kommt da noch Natürlich Mach dir mal weiter Ich komme absolut nicht in das Spiel momentan rein Ich habe 1 gewonnen Markus gewinnt die Runde Ich bin da nicht wirklich reingekommen Wie ich mir Rot wünsche, obwohl ich eine blaue Karte in der Hand hatte Danke 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 Hi